2 Sag mal, was stimmt nicht mit dir? Ich tue mal weg. Eine Person bitte für Feuer, für Feuer. Entspann dich doch mal, der ist doch schon erst ausgestiegen. Ja, woher ist es denn? Sir? Wir haben eine Frage. Ja? Kommen Sie das Auto her. Das Auto, das wird mir geliehen. Wissen Sie, dass das Fahrzeug über den geschrieben ist, der verstorben ist? Äh, nee. Ich hoffe, Sie sind nicht abergläubig. Sie wissen, dass wir Oktober haben, ne? Ich wünsche noch einen ruhigen Abend. Äh, okay. Halt, schnapp du dir mal den Benson. Ich fahr kurz beim Käpt'n mit. Was ist denn los mit euch? Ja, schwieriges Thema. Ich klär dich nachher auf. Was willst du? Geh in dein Auto. Verzieh dich. Die führt nicht nach kurz sie wieder vorgereichbar. Digga, was soll das denn jetzt? Das hier Slapstick. Hörst du jetzt mal auf? Der Fahrer hat sich traurig auf. Ich hab doch gar nichts gemacht jetzt. Was macht ihr? Digga, der ist geistig. 13-Trip-Logo-2 bei... Wo ist der jetzt hin? Der kann jetzt überall hin sein. Der will uns baiten. Hey, weil du nicht aufgeschlossen hast. Der Witz ist, dass ich aufgeschlossen habe. Du hast wieder abgeschlossen. Weil der Fahrer schließt auf. Ja, du hast nichts gemacht. Dauert wird so lange. Ich probiere mal, warum du auf einmal auf meinem Auto sitzt. Ja, da wo wir hergekommen sind. Die selbe Straße wieder hoch. Das ist die Parallelstraße Ost-Taiway. Fährt er die Richtung Stadt oder fährt in die Richtung... Ja, Frage in welche Richtung fährt das Fahrzeug. Nördliche Richtung kommt. Ja, check haben wir so mit. Wir versuchen ihn abzufragen. So gerade ist er nicht short. Tote Biker! Die haben Vorfahrt. Sitz wird tatsächlich kontaktiert. Und Fahrer, Stopp, Schild, Kick. So. Oh, geil. Mein Sitz wird langsam warm. Die Sitzheizung, die funktioniert. Ja, wir haben gefühlt 400 Millionen Grad und immer Sitzheizung an. Ja, ich dachte, du kommst aus einem warmen Land. Ja. Wir haben nur 22 Grad. Ja, das ist ein bisschen kalt, ne? Das ist jetzt die Lüftung. Aber du kommst doch noch hier aus. Das ist dann die Zentralverregung, ne? Oh, hier ist noch ein Klapp. Nee, den Knopf sollte man nicht drücken. Ach, Digger. Digger, ob es blöd ist. Alles gut? Digger, die wollen uns doch ansaugen, oder nicht? Ich glaube auch, oder? Der wäre gerade fast platt gewesen. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Vor allem der fette Pickup, ne? Ja, ja, ja. Ich wollte es hier nämlich einmal im Kreis, einmal, weißt du? Weil irgendwas ist gerade, die sind uns ins Handy gerade entgegengekommen. Also dann umgedreht. Ja, und kleben uns dann wieder am Arsch. Also wenn die uns jetzt nochmal am Arsch kleben, steigen wir aus und knallen die weg. Nicht wegknallen. Ach so, stimmt, ich bin ja Kopf. Sorry, ich verwechsel das ab und zu. Anonym-Infonummer. Jawohl, es geht los. Die LSPD-Informationsnummer, sie rufen anonym an. Wir bearbeiten keine akuten Notfälle anonymen. Was kann ich für sie tun? Ich stehe gerade vor dem Casino. Dem nicht geöffneten leider. Da sind zwei Hunde. Da sind zwei Hunde. Okay. Naja, gut, ich meine, streunende Hunde sind jetzt halt eigentlich nicht so selten. Was für Hunde? Wie sehen die Hunde denn aus? Ja, das eine ist so ein schwarzer Rottweiler. Ein schwarzer Rottweiler und? Weiß-Schwarz-Gemann. Wo? Das andere ist so ein weiß-schwarzer Kolli oder sowas. Wo? Ja, genau. Ja, alles klar, wir schauen uns das mal an. Soll ich hier vor Ort warten? Ja, bleiben Sie mal fort. Ach so, nochmals. Der V-Schutz Koski ist der Kater entlaufen. Hubertus. Da können Sie da auch mal die Hunde aufhalten können. Das ist so ein rot-schwarzes... Ja, gebe ich weiter. Okay, vielen Dank. Bis gleich. Casino. C.O. mit Information. Zwei streunende Hunde, welche von der Beschreibung her auf unsere Hunde passen. Beim Casino vor Ort der Herr Markus Jäger. Des Weiteren vermisst der Herr Jäger wohl eine Katze. Eine rote Katze. Einheiten in der Nähe mal zum Casino fahren und die Augen aufmalen. Bruder, was ist denn heute los? Also es ist für den Sinn, wir waren gerade in der Geschleckerezeit im Casino gestanden, haben keine Hunde gesehen oder gehört und die Katze ist anscheinend aufgeschmissen. Ja. Wir sind jetzt auf diesem räudigen Hof, wo die ganzen Motorräder draufstehen. Wir sind auf dem räudigen Hof, wo die Motorräder draufstehen. Ja, da möchte ich nicht drauf. Achso. Einer ist hier, der Schwarze ist da reingelaufen. Ach, Leo, was machst du denn für Sachen? Wo ist der Schwarze hin? Irgendwo da hinten. Ja, ist ja gut. Wir sind jetzt da. Rüdiger! Rüdiger, bei Fuß! Ja, hi, mein Hübschi! Bei Fuß, Rüdiger! Der frisst schon wieder irgendwas, ich höre es doch. Ach, Digger. Ja, hey, mein Feini! Rüdiger, bei Fuß! Komm mal her! Was hast du denn da? Dispatch 10, 5, Lost MC. Was ist die schöne Pflanze vom Lost MC kaputt gemacht? Ja, Feini! 13, 6, Anfahrt, 4, D. So. Sollen wir dem ein richtiges Fresschen holen? Was hast du denn da? Ja, das... Oh, ja, Mensch. Hast du gut gemacht. Die Pflanze ist hinüber, ja. Komm, wir holen dir mal ein richtiges Fresschen jetzt hier. Komm, bei Fuß! Thread 1, 10, 6, Anfahrt, Werkstatt. Info an die K9. Beide Hunde sind bei uns beim Lost MC Gelände. Wo ist denn jetzt der Dicke? Der war doch gerade noch hinter mir. Ja, Rüdiger, Klobel frei, Rüdiger, Moskan 9. Komm, die Hunde abholen. Komm, sie ist bei Fuß! Was ist denn los mit dir? Der hat aber nicht das Bein kaputt gemacht, oder? Nein, komm! Ach, der ja pinkelt dran. Natürlich. Rüdiger, bei Fuß jetzt. Ist gut. Bei Fuß jetzt. Komm her. Deo! Meine Güte. Mein Gott. Gar nicht. Wie heißt denn der Dicke noch worden? Wir haben in der Regel bekommen, dass unsere Hunde hier bei euch auf dem Spielplatz waren. Komm, Dickerchen. Und wir haben sie noch geholt. Weißt du, wie du heißt? Komm her. Ja, ja. Okay, gut. Hier geht zum Käpt'n. Wir wollen nichts von euch. Wir wollen unsere Hunde einsammeln. Ich habe hier übrigens was, was mir der Hund gerade gebracht hat. Das hier sind... Wo habe ich es jetzt hingetan? Das hier sind die Überreste von eurer Pflanze da hinten. Da hat er sich gerade so ein bisschen dran... Ja, vielleicht kann man das mit Sekundenkleber wieder dran machen. Und ich glaube, eins von den Bikes ist ein klein wenig gelber als vorher. Das tut uns leid, wenn sie das irgendwie reparieren oder reinigen müssen, können sie die Rechnung gerne an das PD schicken. Das ist gar kein Problem. Alles gut. Alles super. Alles gut. Und die Hunde sollen hier auf den Hof scheißen, oder was? Nein. Also das, was da rauskam, war nicht braun, das war eher gelber. Also wie gesagt, wenn das Bike jetzt irgendwie da, ne, wir reinigen das für sie, das ist gar kein Thema, wir zahlen lassen. Ja, aber wenn wir uns sagen zu den Hunden, die können sich hier ruhig auf den Hof ausscheißen, wer war in der Gassi? Es war kein Agassi, die Hunde sind abgehauen und wir haben sie hier gefunden. Ach, tatsächlich, die haben sich selbstständig gemacht. Also ist ja nichts passiert. Wenn wir euch ärgern wollen, sage ich zu meinen Kollegen, geht hier hin kacken. Wollen wir aber. Okay, ja, das wäre aber schon ein bisschen komisch, wenn hier einer von den Kollegen auf dem Hof steht. Guck mal, da kommt ja schon das Auto. Das ist halt echt entspannt. Und wer ist überhaupt Markus Jäger? Ja, der war gerade noch hier tatsächlich. Wer ist denn das? Der hat mir gesagt, dass sie zu den Hunden gesagt haben, die sollen hier auf den Hof scheißen. Achso, hat er das? Ja, ja. Das ist ja interessant. Ich würde sagen, wir müssen uns den Herrn Jäger mal schnappen und mal mit dem wir ernstes Wort reden, oder? Er ist ein Ex-Kollege, der nicht gut auf uns zu sprechen ist. Achso. Ja, dann wollten er euch böse erzählen. Ich hatte auch so ein komisches Gefühl, dass er sie freigelassen hat. Gut, wir verschwinden dann wieder. Faisonanlagen, Graves, die Kleiderladen. Hallo. Kleiderladen? Hallo. Faisonanlagen, Kleiderladen? Oh, was ist denn, Max? Viel Spaß, Jungs. Wieso sitze ich denn jetzt hinten? Nein, Leo. Ja, dann nehmt ihr jetzt Leo mit. Ja, zieh dich doch. Warum ist der Hund jetzt reingeschoben? Das war ich mit 10.30, Kleiderladen, Gravesheat. Wiederhole, 10.30, Kleiderladen, Gravesheat. Baika entfernen sich. Nähert sich oder fertig? Baika entfernen sich. Wir kommen Ihnen von der Seite Palito Bay entgegen. Frage, was ist Fluchtrichtung? Ich bin nicht vor Ort. Ich bin nicht schloss. Baika, also Schwarzhutte. Ja, da kommen wir ein paar durch rechts, dann gucken wir den Laden an, oder? Ja, ich bin nicht vor Ort. Das sind heute schon zwei Einheiten an einem scheiß Bike. Ja, aber eine Jiti wird gleich abziehen. Achso. Siehst du? Weg. So, du nimmst die Dings. Also, negative sind die einzigen drei Einheiten. Oh, komm. Der, ach, der, ich kann von hier hinten, Leo, nimm mal das Megafon. Der Mopedfahrer, einmal rechts ran, ansonsten müssen wir sie vom Moped holen. Wie, Mittelfinger? Finde ich gar nicht lustig. Rechts ran jetzt. Der Sohn weigert sich anzuhalten, zeigt uns Mittelfinger. Wir fahren weiterhin Richtung Harmony auf der Hauptstraße. Sir, fahren Sie doch rechts ran. Es macht doch gar keinen Sinn. Ja, sind Schönfinger, haben Sie. Geht ein zum Pferd. Ich komme in die Route. Ich schaue, dass ich mich mache. Fahrzeug fährt links ab in die Berge rein. Wir müssen mit dem Durango ohne Probleme hinterherkommen. Sir, hier gibt es Pumas. Bye, da kommt er am West Highway raus. Ah ja, muss der West Highway sein. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal die Wiese hoch oder hintenrum fahren, dort wo das Fischrestaurant ist. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass Sie ein Bigfoot sind. Fahren Sie rechts ran, zu Ihrer Sicherheit. Mal vorbeifahren, ich mache die Tür auf. Fahrzeug fährt komplett offroad. Wir versuchen, so gut es geht mit dem Durango ranzubleiben. Die K9 wäre auch einsatzbereit jetzt. Ach du Scheiße, ich hoffe, mich anzumiesen. Wir befinden uns aktuell komplett offroad, irgendwo in den Bergen, bei diesem Fluss Richtung West Highway. Hier sind nur noch Abhänge, hier geht es nicht wirklich weiter. Okay, nein, dann fahren Sie mal Richtung Grands Road und checken mal den Kason. Nein, ich kann da nicht weiter. Ja, dann reinsteigen. Ja, was macht der? So will Leo. So schicken. Würdest du die überfahren lassen? Ich nicht. Hi, also hier geht es nicht weiter. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt hier, sonst müssen wir den Hund hinterher schicken. Nein, okay. So. Ach du, wir kommen zurück. Das Fahrzeug dreht, kommt jetzt wieder zurück, entweder am Alamo See oder Richtung West Highway. Ja, ich fahre durch diesen drecksteilen Weg wieder zurück. Gut, dass wir Durango haben. Der ist nicht vorbeigefahren, ne? Ne. Links sind wir auch hergefahren. Hier sind wir gar nicht gewesen, uns links. Hier? Ja. Aktuell kein Sichtkontakt, Motorrad ist deutlich wendiger auf diesen Wegen hier. Müsste jetzt ungefähr wieder auf diesem Hauptweg sein, wo der Taurus steht. Ne, der kam nicht, der ist noch hier. Okay, Fahrzeug kam nicht am Taurus vorbei, der muss hier noch irgendwo in den Bergen sein. Aktuell keine Sichtung, Sichtung verloren, mitten im Wald, Offroad, keine Ahnung, wo der hingefahren ist, kann überall sein. Wir haben gerade eine Explosion wahrgenommen, das Motorrad ist sehr höchstwahrscheinlich abgestürzt. Wir brauchen einmal das MD an der Zugbrücke, dort wo der Fluss Richtung West Highway fließt. Wir fahren jetzt runter, ja, ja, ich weiß. Ja, noch eine andere Frage, haben wir eine Mesa draußen, der suchen helfen kann? Digga, sind da noch alle Teile dran oder hat er den Arm verloren? Das sieht doch gar nicht gut aus. Ich komme nicht an hier rein, wegen dem Bike. Ich komme auch nicht an hier dran. Ja, dann schieb die Karre mal irgendwie. Lass mal irgendjemand ein Erste-Hilfe-Set holen, oh, der sieht doch gar nicht gut aus. Oh Gott. Ich brauche ja unbedingt das Erste-Hilfe-Material. Ja, ja, du, ich komme mit mir ums Motorrad. Kommst du ran? Ja, alles gut. Ich tue, was ich kann. Ich habe hier ein paar Bandagen, glaube ich, dabei. Ich habe Ihnen gesagt, dass er so vorsichtig ist, dass die Wege sind gefährlich. Ja, ne? Wahrscheinlich hat ihn da oben der Bigfoot runtergehauen. Ja, Bigfoot hat ihn hundertprozentig geschubst, sonst wäre er wirklich... Der wäre im Leben sonst nicht hier runtergefallen. Das hätte ja so... Ja, das Leben wäre ja ziemlich... Also ist ja keiner so blöd, hier einfach selber runterzufahren. Das musste ja Bigfoot gewesen sein. Das war der Bigfoot. Ja. Sag euch, die Welle sind gefährlich. Nimm mal lieber die Knarre raus, nicht, dass der Bigfoot die gleich noch hinkommt. Da hast du vollkommen recht. Oh, bitte sagt mir, dass ihr noch RTW habt. Engine 1. Stichwort Erhöhung Tech V2U. Äh, Tech V2U. Wen haben wir denn hier? Wir haben eine Prio 2. Der legt hier schon eine ganze Weile, der ist von da ganz oben runtergeflogen, ne? Ich übernehme dann gleich. Ja, dann los. Und wenn du ihn stabilisieren kannst, dann gewinnen. Die Tasche muss hier weg. Ja. Wird schon abgebaut. Du fein gemacht hast du gut aufgepasst, Leo. Uns ist hier nichts passiert, weil du da warst. Sie, wir haben jetzt erstmal den linken Arm. Und das linke Bein, so wie er liegt, abgebunden ist, am stärksten gewudelt. Ja, danke. Okay, jetzt kommt der Früstwagen als erstes. Machen die so weiter, kommt dir gleich gar keiner mehr vorbei. Oh, ich sehe schon, ich kenne die Taschenabwehr, glaube ich, abgab. Achtung, Achtung. 11 Engine 1. Bitte Lifepack mitbringen. So wie mir die Tasche. So. 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 So.